Gottfried Seidel-Bast, war ein junger Gymnasiast, liebte die Elisabeth, Ach wie war die lieb und nett, und des Abends um halb zehn, sah man sie beisammen stehen, wie sie scherzten, lachten, lachten, keine Schularbeit machten, und das hohe Konzilium warf ihn vom Gymnasium, Vater ihn erbte, ihn das Helfer, gerrubte, gerrubte.